Das finde ich nämlich auch spannend, dass es dieses, und da wird wieder das Wort kommen, aber dieses Teamgefüge, wovon wir auch schon mal gesprochen haben, ist ja im Kern trifft das ja eben auch für die Gruppe zu, weil nämlich genau das Szenario, was du erklärt hast, das ist quasi die Essenz von einem fehlenden Teamgefüge jetzt in dem Beispiel. Weil wenn man eine Bindung zu dem Team hat, dann fällt es natürlich unheimlich schwer, dann aus kleineren Gründen zu sagen, man entscheidet sich um und geht woanders hin. Und das ist natürlich in den Beispielen, die wir sonst nicht mehr besprechen, in Unternehmen, wo es vielleicht um Produkte geht, ist natürlich eine ganz andere Bindung auch da, weil natürlich da diese Zielstellung mehr zieht sozusagen. Aber dennoch gibt es ja dieses Teamgefüge, wenn wir das quasi in einem Idealzustand, wie wir das oft besprechen, andenken, dann gibt es ein Teamgefüge, das außerhalb dieses Zieles auch die Personen zusammenhält. Und das kann man ja sehr wohl für eine Gruppe auch transferieren. Und da finde ich das tatsächlich auch schön als Idee oder als Beispiel, dass man nicht notwendigerweise das auf nur einen informellen Austausch macht und auch nicht nur auf einen konkret beruflichen, inhaltlichen Austausch. Und da sind wir aber eigentlich wieder bei ganz vielen Dingen, die wir auch aus dem Team mitnehmen oder mitgenommen haben, weil es geht natürlich genauso nicht nur um einen informellen Austausch, sondern es geht auch um einen beruflichen Austausch. Und das ist vielleicht in so einer Gruppe sogar noch interessanter und da fällt mir jetzt noch ein Unterschied ein. Ich weiß nicht, ob das überall zutreffen würde, aber auf dieser inhaltlichen Ebene gibt es ja in einem Team oft Unterschiede. Weil ja das Team sich ja vielleicht aus unterschiedlichen Spezialfähigkeiten zusammensetzt auf ein gemeinsames Ziel hin. Aber bei einer Gruppe wird ja nicht zusammengesucht, im besten Fall wie ein Team, sondern eine Gruppe stellt sich halt zusammen. Wir nehmen das Beispiel, wo es halt um einen Verein geht und die Personen werden dann wieder ausgeschickt. Und da macht aber dann natürlich dieser inhaltliche Austausch viel mehr Spaß, würde ich fast sagen, weil du auf einer anderen Ebene da weiterentwickeln kannst und nicht irgendwie die unbekannten Felder sozusagen erstmal zusammenfinden musst, was du in einem Team in ganz vielen Fällen machen musst. Weil du ja unterschiedliche Schwerpunkte hast, die zusammenkommen für eine gemeinsame Arbeit. Und das ist schon ein riesen Unterschied in diesem Startprozess von dem Erarbeiten der Bindung und dem Vertrauen, finde ich.